Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Du musst dann das Publikum in drei Gruppen eintragen. Musik Applaus